hallo und herzlich willkommen bei Wettercamel ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute haben wir das Handyspiel Asur Lane okay ich muss erstmal Download also bis gleich und da wären wir wieder so ich wünsche schon mal eine schöne Feiertage eine schöne Feiertage ich wünsche schon mal schöne Feiertage ich werde wahrscheinlich dann nochmal am 27. ein Spiel machen weil am 28. also von heute an bin ich unterwegs kommen am 26. abends wieder und am 28. fliegen wir dann los nach Indonesien Urlaub ja Musiker machen ok das geht hier schnell 300 megabyte ich mache wieder einen kleinen cut da bin ich wieder die zehn minuten sind schon vorbei weil das downloadgrad hat glaube ich 20 minuten gedauert oder so aber wir schauen uns das trotzdem mal kurz an ok press to play das ist ungefähr zwei gigabyte groß da kommt aber das hier tick ok 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Also wenn die hier zwischendurch mal labern, ist das ein bisschen doof. Das war das Schöpfchen da kaputt machen. Okay. Ich probiere jetzt mal mit, ich kann mal erstmal das betreiben. Ah, ein Unternehmen. Keine Ahnung, mein Doktor, naja passt ja nicht. Muss man meinen Namen geben? Na gut, dann schreibe rein. La... Es ist zu kurz. La... Le... Lu. Ha. Red Dog. Okay. Also Sekral war wahrscheinlich den Charakter auswählen. Aua. Was ich jetzt weiß. Finish. Warum ist das Spiel so groß? Nein, ist das wieder ein Battle? Also... Da stand zumindest Battle. Ja komm, eine Runde machen wir noch und... Attack. Weg. Ah, ich muss erst da drauf drücken. Bye-bye. Bye-bye. So... Ah, hier lässt sich das viel besser lenken wie mit der Maus gerade. Ja... Perfekt. Es... Ja, super. Genau. Da drücken, da drücken, ach Mensch, immer überall drücken. Schön. Wo muss ich jetzt? Da. Make it. Make, make, make. Schön. Hm. Da ist auch noch. Haku bestimmt Hauptfest. Ah... 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 Schi-kau. Schi-kau. Schi-kau? Ja. Schi-kau. Ja. Ja. Schi-kau. Schi-kau. Ja. Schi-kau. Jaaa schon wieder bitte ich wollte doch eigentlich jetzt aufhören der finger lässt mir keine ruhe eine minute nach so bitte schon fertig ok das war jetzt gerade richtig schneller Kampf ja, das nächste Kampf Das war's für heute. Bippee! Bippee! So! Bippee! Wir haben es geschafft! Wir sind durch! Perfekt! Neun Charakter haben wir gekriegt! Hurra! Okay! Der Finger ist nicht mehr da. Das heißt, ich kann jetzt hier abbrechen, wollte ich gerade sagen. Oh, was jetzt? Okay, ich kann jetzt hier abbrechen. Ich will jetzt mein Ticket ab. Ah, Finger ist wieder da. So! Jetzt breche ich hier ab. Endlich! Nach zwei Minuten. Schneller! Geht doch! Lass doch! Ich muss jetzt das Bild machen. Da! Da werden wir. Ich will mein Ticket ab. Was ich schon sehr lange habe eigentlich. Das Ticket abgeholt. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und schöne, fröhliche Feiertage. Ohne Schnee. Oder auch mit Schnee. Ich weiß ja nicht, wo ihr wohnt. Also, bis dahin. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao!